Eine Information zu Westbahn 969 nach Wien-Westbahnhof, Abfallszeit 17.25 Uhr. Dieser Zug fährt voraussichtlich 5 bis 10 Minuten später ab und fährt heute von Bahnsteig 2. Bitte beachten Sie, dass sich Bespätungen auch jederzeit verändern können. Achtung, bitte. Westbahn 969 nach Wien-Westbahnhof, scheduled departure time 17.25 Uhr, will depart from Platform 2 today und wird ungefähr 5 bis 10 Minuten später ab. Bitte beachten Sie, dass die Veränderungen auch möglich werden können.